Kann mir keiner erzählen, dass das noch ein Mensch sein soll? Ich glaube, wir werden das wirklich machen. Nur die Team mit den Walkern brauchen, um sich selbst zu verabschieden. Jetzt brauchen wir dein Walkern-Frienden. Er ist hier. Oh Gott. Hallo. Leute, das ist James. Er ist mein Freund. Er ist, äh... So cool! Wie kriegst du die Haut? Oh, ich... Um... Clementine? Kann ich versuchen es an? Das ist nicht eine gute Idee. Komm schon, bitte! Willi, komm, gib ihm etwas Raum. Aber ich wollte nur... Nicht gerade jetzt. Ja, genau. Entschuldigung. Ich habe nicht gemeint, oder was. Es ist okay. Oh, und... Entschuldigung, ich versuchte dich zu einem Mal. Deine Maske sieht so real. Ich, äh... Hey. Hey, James. Sorry about Willie. Ist das der Typ, der Clem sagte, dass er sich verraten hat? Ja. Ich bin Clementine. Kann ich dir alleine mit dir sprechen? Für einen Moment? Eine gute Idee. Halt dich. Wollten wir den heiraten? Hey, James, kannst du mal kurz reden? Es ist etwas, was ich dir erzählen muss. Die Walkers. Sie werden hier in ein bisschen Zeit sein. Sie können sie mit denen, als sie durch die Trennen passen. Der Ruhe vom Boot wird ihnen nach dem Wasser. Dann können wir auf den Bord und unsere Freunde schicken. Ihr Freunde sind... ...different. Open-minded. Accepting. Vielleicht ein Tag, du wird das gleiche sein. Hör, Clementine. Ich muss dich zu sprechen über A.J. Was meinst du? Die Whisperer waren meine Familie. Von einem junger Tag. In der Zeit, ich habe vieles Todes. Und Schmerz. In der Zeit, ich bin der Grund der Grund. Ich bin der Grund der Grund. Wirklichkeit. Und ich glaubte in das. Fierce. So viel so. dass wenn ein anderer Junge entspricht die Sympathie für unser Enem vor einem attack... ... 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 so als wären wir gar nicht in der zombie-apokalypse was von was geht der ich bin nur... ich bin Angst, dass wenn AJ wiederum er wird, dass er nicht zurückgeht er wird nicht sein, dass er die gleiche Mann war ich habe das schon gesehen, dass das zu viele Male passiert ist ich will nicht, dass AJ ein Verkültes werden ich will nicht, dass er nicht so weitergeht ich hoffe, dass du diesen Verkültest ich hoffe, dass du diesen Verkültest sie sind sie sind knapp, bald werden sie genug sein, um uns zu verbrechen Ich werde dich durch den Herd, bis du reachst den Boot. Das ist wie weit ich gehen. Nach dem, es geht zu dir. Danke. Take care of AJ. Okay, er ist bereit zu gehen. Die Walken sind nahe. Ruby, du bist in charge der Horses. Willi, Dad, take care of the supplies. Ich habe die Bombe. Find the Boiler. Da wird eine Tür auf der Bauten mit Asch und Sachen. Put es in da. Ich sehe dich alle auf der anderen Seite. Ich werde es öffnen. Das machen wir. Bitte, ich erzähle sie mir selbst, aber ich wollte sie nur in Ordnung sein. Ja, sicher. Wenn wir sie sehen, werde ich sie wissen. Ja, so Sachen können wir natürlich machen. So, jetzt verabschieden wir uns mal noch von unserer Freundin. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Wenn etwas zu dir passiert, weil es mir ist, dann kann ich dich auch nicht verlieren. Ich werde nicht. Du solltest nicht auf mich disappear, okay? Ich versuche. Was machst du? Geh, schau in eine andere Richtung. Sind wir gut? Ja, ich denke so. Okay, wir bringen unsere Freunde nach Hause. Alle von ihnen. Oh. Wenn uns etwas passiert, kotze ich auch. Aber immer wenn wir jemanden mögen, passiert etwas Schreckliches. Das ist nicht smart. Hmmm lecker Gedärme. Ja. Ja. Ich bin zurück. Danke. Wir werden es machen. Wir machen es. Wir machen es. Vorwärts. Total unauffällig, ne? Ja. Okay. Follow my lead. Dup, tup, 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 tup. Yes. Was? Oh, das kriegen wir hin. Guter Mann. Guter Mann. Das war schon sauknapp. Daher, komm. Oh. Oh, oh. Oh, das war dann... Der falsche Weg. Aber so eine Kugel im Kopf, ne? Wir sind im Kopf. Und wir sind. Wir sind. Immer die Kugel sind. Wir brauchen die Kugel. Ah ja, wir sind zu weit vorgelaufen, okay. Komm, komm. Oh, es darf nichts schief gehen. Sie darf auf keinen Fall sterben. Und er auch, ne? Es darf nicht schief gehen. Oh, ich hasse es jetzt schon. Hallo. Oh, lecker. Ey, die können ja unter Wasser gehen. Wie cool ist denn das? Ist wie bei, ähm, wie bei Flut der Karibik. Oh, jetzt werde ich gefressen. Uppala. Ups. Ah ja, das kennen wir ja schon alles. Fuck, are you okay? I'm fine. Stay close. Stay hidden. Sie darf nicht sterben. Und er auch, ne? Ohne scheiß ich faule. Hallo. Alter, wir können die nur so nervig sein. Also, Freunde, interessiert es einfach mal gar nicht. Oh, lass die ruhig gefressen werden. Oh, das interessiert es uns. Diesmal müssen wir auf den Kopf zielen. guter Schuss. Gut. Diskretionsabstand und Küste. Trophäe. Wir machen uns. Wir machen uns. So, dann rocken wir mal in den Laden hier. Und dann rocken wir mal in den Laden. Was können wir hier machen? Verschließen? Aber man weiß natürlich nie, ne? Und dann rocken wir mal in den Laden. Hey, wer da ist? Ich hätte mir einen ein bisschen kleiner vorgestellt. Okay. 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 Was ist das? 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 Was ist das?